So und herzlich willkommen zurück hier bei Call of Duty Mobile. Und dabei ist jetzt hier der Dark Flavor, beziehungsweise wie er in-game heißt, Black Flavor. Also die dunkle Macht quasi. Na warten wir mal, wer ist denn bei uns noch im Game hier? Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, okay, Dark Flavor, dann mache ich einfach mal den Voice an. Ich kann auch selbst nicht sprechen, das klappt bei Mythen Capture nicht. Aber wie gesagt, ich sollte dich hören, wenn du jetzt sprichst. So und dabei ist Asiaks. Und da war's. Okay. Leiter übertragen, soll ich Leiter? Ich bleib mal weiterhin die Leiter. Ich bin gern eine Leiter. Schlitz dir die Kehle auf. Komm hierhin. Ey, du kommst doch nicht rüber. Lass mich dich aufschlitzen. Man nennt mich auch Jack the Ripper. Der mit dem Tripper. Komm mal, ich halte dich. Halt dich schön. Kommt in meine grünen Zone. Oh, das ist meine grünen Zone. So, wo gehen wir rein? Ich bin gespannt. Ja. Codename Wiedergeburt. Alles klar. Wo gehen wir hin? Man weiß es nicht. Lass mal in den Wald gehen. Der Wald klingt lustig. Alter, Wald ist immer gut. Ich mag Wälder. Ich mag Bäume. Und fliegen welche da raus? Ne, da will keiner. Okay. Dann halt nicht. Und ab in den Wald. Falsche Richtung. Wir müssen da lagen, Leute. Wir müssen da lagen. Naja, da sieht man jetzt nicht unbedingt wie ein Wald aus. Aber ist okay. Okay. Unsere Team-Member sind schon mal dabei. Außer Black Flavor wieder. Meine Fresse, was los mit dir? First Blood ist schon erledigt. Du bist ein Team-Member. Okay. Oh, nice. Genau, nimm mal die Muni mit. Okay, Black Flavor ist auch dabei. Sehr schön. Ja, mach da. Lass die Tür auf, Junge. Bist du nicht allein im Haushalt? Raketen. In Ordnung. Haben wir hier noch irgendwas versteckt? Ach, guck mal hier. Kann ich nicht gebrauchen. What? Was ist los mit dir? Gehen wir da raus. Da hinten ist Party. Auf die Entfernung wird das echt schwierig. Da merkt man doch das Problem mit dem Controller. Aber ey, die schnappen wir uns. Kein Problem. Ich mach damit das mal auf. Wunderbar, dann wechseln wir einfach mal das Waffeleisen. Und dann gehen wir den mal, äh, jagen, würde ich sagen. So, der ist down. Easy peasy Lemon Squishy. So. Dann hätten wir den. Irgendjemand verletzt hier von uns? Okay, der Team lebt noch. Super. Dann lass mal in die Border reinlaufen. Alter Moni, ich kann jetzt nicht. Himmelaschen zwirn. So. Okay, wir können da oben mal abchecken, ob da was ist. Boah, das mit dem Rennen ist ein bisschen ekelhaft. Der Druckpunkt ist nicht... Also du darfst hier den linken Nippel... Moin, lololololo, lolololo, oder so. Äh, du darfst den linken Nippel nicht komplett reindrücken, ne? Sondern ganz zärtlich, wie bei einer Frau. Und nur dann funktioniert es. Okay, sind wir hier allein? Komme ich da rüber? Ich dicke Ding. So, okay. Oh, hier liegt noch ein bisschen was rum. Das ist nice. Die Munition nehme ich doch gerne. Huh. Dieser Moment, wenn du denkst, er wäre ein Gegner, weil du den Namen nicht siehst. Moin, Valid. Grüß dich. Ani, Valid. Hi. Okay, ab in den Border. Black Flavor. Nicht so weit vorrushen. Bei mir ist alles gut. Danke dir. Oh, 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 oh. Okay, es geht irgendwo von da. Das kam von da hinten. Hase erregelt. Danke fürs Follow. Willkommen in der Ami, mein Freund. Können wir nicht einfach zusammenbleiben? Ich weiß nicht, wie ich jetzt helfen soll und wie mich, Mann. Himmel arsch uns gehen. Okay, wir gehen mal auf jeden Fall in die Safe Zone rein. So. Ist hier noch irgendwas los? Okay, ganz langsam. Und pass auf. Und hol deinen Fliegevieh raus. Jo, danke. Dein Flughörnchen, verdammt. Okay. Nice. Jetzt schnell. Oh, was haben wir denn hier? Na, das sieht ja interessant aus. Dankeschön. Jetzt gehen wir mal hier rein. Hallo sagen. Und da liegt doch was. Nice. So, ich lege doch noch mal ein bisschen auf den Boden. Moin, Mahoni. Grüß dich. Ich konnte leider nicht antworten. Ich bin gerade hier übers Handy am Stream. Aber schön, dass jetzt in der Aufnahme deine ganzen Einblendungen sind. Ist okay. Meinst du MMO, also MMOga, äh, Coupon-Code oder meinst du mein Ref-Link? Ref-Link einfach moga.de slash kraxel. Und der Coupon-Code müsste kraxel sein, glaube ich. Irgendwie so. Ich bin relativ sicher. Okay, lass uns mal hier reingehen. Was ist hier los? Oh, Blutstiller. Nice. Es leben noch 77 Leute. Das ist sehr viel. Zu viel für meinen Geschmack. Aber, boah, wie geil. Guck dir mal hier das Feld an. Wie geil ist das denn bitte? Das wäre jetzt ein Grund, äh, damit meine Freundin auch das Spiel spielen würde. Äh, ja, man kann mitspielen. Lol, oder so. Schick mir einfach eine Anfrage. Kraxel, mein Name. Und dann ist das kein Problem. Wollen wir ins Zirkuszelt gehen da hinten? Wie ultra ist das denn bitte? Äh, was? Was war das? Oh, da wird geschossen. Ich kann nicht helfen. Okay. Ich komme. Oh nein! Asiaks! War noch irgendwo einer? Oh, erstmal halten wir uns ein bisschen. Wir kommen jetzt alle erstmal runter. Und beruhigen uns jetzt. Okay. Oh, da hinten geradezu. Dein Ernst? Oh, er hat ihn erledigt, glaube ich, oder? Nee. Ist er noch. Hab ihn. Und da kommt ein Hubschrapp-Schrapp. Das ist nicht so gut. Wohin kommst du nicht? Packen wir den ganzen Scheiß ein hier. Dankeschön. Okay. Der Rückschlag ist heftig hier. Muss ich echt sagen. So, warte mal. Black Flavor kommt zu mir. Ich habe hier ein bisschen Heilung für dich. Alter, jetzt lauf doch nicht weg. Ich bin Sanitäter. Ich kann dir, äh, eine Hand geben. Hier. Alter, der... Also, Black Flavor. Ich bin Sanitäter. Ich kann Leute heilen. Oh, da kommt eine Border. Komm hier. Komm zurück. Black Flavor. Ja, 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 ja. Genau so, mein Freund. Moin, moin, Polete. Hi, willkommen. So, weiter geht's. Ich wollte eigentlich noch ein Zirkuszelt. Mensch. Ich habe meiner kleinen Familie hier einen Ausflug versprochen. Ist da noch einer? Boah, die sind ziel, ne? Hab ihn. Achso, ich habe hier jetzt getötet. Wollte ich schon sagen. Ich habe hier noch nicht mehr erwischt, ey. Da läuft noch einer. Pass auf, Leute. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Also der Rückschlag ist echt heavy. Okay, das Black Flavor. Komm zu mir, warte mal, ich nehme mal die andere Waffe. Asiaks, komm hier. So. Lass mal einen Runde heilen. Ist in Ordnung, lol. Kannst du gerne machen. So, lass mal hier reingehen. Okay, Level 1-Weste hier, falls jemand braucht. Hier oben ist safe. Ja, safe. Macht doch den Saukrag hier! Hier schlafen, Leute! Da ist einer. Ich weiß nicht, wie ich markieren kann. Okay, da kommt die Border. Das heißt, er muss laufen. Er kommt hier. Scheiße. Fuck! Wir haben komplett die Border aus Augen gelassen. Scheiße! Okay, der ist down. Irgendein Auto hier oder sowas? Scheiße, da haben wir jetzt gar nicht drauf geachtet. Wir haben noch 370 Meter vor uns. Das wird sehr, sehr, sehr eng. Ohne Auto. Ich habe noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen. Er sieht schlecht aus. Ich brauche dich auch nicht heilen, weil du bist zu weit von der Border weg. Ich habe noch nicht heilen, aber ich habe noch nicht heilen, weil ich nicht heilen kann. Du sollst... Alter, du sollst fahren. Ich wäre gerne vorne dabei. Alter. Okay, ich laufe. Wie auch immer. Jetzt. Lauf. Ist ja nicht verkehrt. Ein bisschen laufen schadet uns allen nicht. Okay, Adrenalin ist drin. Dann fährt einer. Wir müssen dann auch direkt weiterlatschen. Sonst haben wir ein Problem. Geht ja zu schnell. Kann ich jetzt hier fahren? Äh, Viereck. Hä? Willst du mich verarschen? Viereck. Viereck. Ach, einmal drücken. Okay. Ich hatte X gedrückt. Jetzt müssen wir schnell nochmal ein Safe Point suchen. Alles klar, alles klar. Ich bin ein Radfahrer. Ich war auf einem Rad. Und ich nehm mir den Panzer. Dann geht das hier ab. und ich bin ein Radfahrer. Ich bin ein Radfahrer. ja das ist für arme wunderbar in der border drin das ist sehr gut das ist die frage hole ich den kommt tot durch die hat noch niemandem was gebracht für arme und beine genau so ist es alter ja willkommen zurück black flavor mein haus was sie gar nicht zu suchen heilen wir uns erstmal eine runde es bleibt jetzt alles so wie es ist mal rein scheiße naja platz 4 immerhin etwas aber eine lustige runde muss ich sagen wieder was gelernt so dann komme ich mal ganz kurz darauf ach eure anfragen durch